Zum Glück habe ich schon drei Monate vor dem Rennen mit dem Training begonnen. Zum Glück habe ich schon drei Monate vor der Prüfung mit dem Lernen begonnen. Hallo mein Schatz, schön, dass es uns beiden so gut geht. Zum Glück habe ich schon drei Monate vor der Schwangerschaft Folsäure zu mir genommen. Beginnen auch Sie bereits drei Monate vor der Schwangerschaft mit der Folsäureprophylaxe und reduzieren Sie so das Risiko eines offenen Rückens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017